Hallihallo und willkommen zurück zu let's play deponia ja nachdem wir im letzten part so ein paar infos gekriegt haben unter anderem ergt ein erdmagnet fällt ein gerät das das erdmagnetfeld manipuliert die idee hätte von mir sein können ja dann hast du jetzt meine andere idee sie konnten mal erst mal gucke ich da auf was passiert denn wenn ich denn hallo erdmagnetfeld gerät warst du nicht eben noch ein bisschen kleiner ein gerät das das erdmagnetfeld manipuliert die idee hätte von mir sein können ja ist auch nichts neues also die tauben orientieren sich am erdmagnetfeld richtig dann wollen wir doch mal sehen was passiert wenn ich hier ein wenig dran rumriege ich liebe es gott zu spielen ja jetzt ist nur die frage ich weiß also ungefähr was von mir verlangt wird ich weiß nur nicht so könnte das funktionieren ganz kurz erklärung was ich hier jetzt gerade gemacht habe für die die es nicht mitgekriegt haben dadurch dass ich hier wir haben hier die drei tauben verschläge der linke der mittlere und der rechte der linke der mittlere und der rechte hier seht ihr die gewichtsklassen wie das original war hier die kleine taube hier die mittlere hier die große ausmiss die gerade ich habe gerade bullshit gebaut äh ich muss das ganze so hinkriegen dass eine kleine taube oder ich weiß nicht ob hier die mittlere schon ausreicht oder ob das die ganz kleine sein muss äh muss hier im großen tauben verschlag sitzen wenn ich jetzt hier dran rum spiele so zum beispiel tauschen die tauben die plätze und ich muss ja wie gesagt dafür sorgen dass da naja ich werde es einfach mal so ausprobieren dass die mittlere taube das schwere paket stufe 3 kriegt ähm wie komm ich hier raus so verlassen ich lass sie mal so stehen vielleicht bringt mir das ja was ja vielleicht gehen wir mal runter und die katzen das tut mir ist in der seele weh dass ich da jetzt denen sowas antun muss aber machen wir mal das stimmt sie könnte wirklich mal ein bisschen mehr gas geben komm kitty kitty hey der kaffee lässt sie schneller arbeiten ich sollte projektmanager in einer computerspielefirma werden die augen sehen auch überhaupt nicht komisch aus der katze geht's gut man könnte aber auch das narkotikum sie sollte wirklich mal einen gang zurückschalten jetzt ist sie glaube ich auf normaler geschwindigkeit geht das auch langsamer dann schläfst du fast ein dasselbe könnte man mit der anderen katze machen ich versuche das mal auf die art stimmt sie könnte ja ich weiß zwar ungefähr was zu tun ist aber spiel ist erstmal so ein bisschen mit den katzen rum es tut mir zwar einerseits in der seele weh das den armen tieren anzutun aber andererseits ist es auch so ein bisschen lustig fehler fehler dann halt nicht fehler ich habe hier diese geschenkgutscheine aus tonis laden geschenkgutscheine verifiziert ein leichtes bleigewicht aus lager 1 geben sie nun ja komm jetzt gucken wir mal was passiert die katze rast die katze ist hat gar keine briefmarke drauf gemacht fehler 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 das paket ist doppelt unter frankiert weg ist geschlagen bitte bestellen sie erneut gut dasselbe würde es passieren wenn ich was anderes versuche sie könnte wirklich mal ein bisschen mehr gas geben von daher überspringe ich einfach mal die anderen stufen und lasse die frankierungskatze ganz schnell arbeiten der kaffee lässt sie schneller arbeiten ich sollte projektmanager in einer computerspielefirma werden und lasse die katze hier normal arbeiten reicht glaube ich nicht läuft sie wieder mit normaler geschwindigkeit das recht glaube ich nicht ich werde es aber trotzdem mal also ich will da auch gar nicht reinlaufen ich will da nicht rein ich wollte dir nur die gutsteine geben ich habe hier diese geschenk geschein geben adresse versand wird initiiert mal was jetzt passiert katze läuft du machst da drei briefmarken drauf frankierung wird gescannt fehler fehler das paket ist einfach über frankiert pakete mit frankierung stufe 2 sind ungeeignet für den transport kleiner güter auffüllung mit knicker folie startet knick he he ein mittelschweres paket wird verschickt jetzt weiß ich gerade gar nicht welche taube da drin war tauben verschlag wird gestartet ich glaube war das die jetzt die ganz kleine die ist aber hinter dem zaun runter gefallen das heißt wir machen die katze noch mal langsamer damit war damit wir das ganze noch fokussieren können und dann müsste das funktionieren ich habe hier diese geschenk geschenkgutschein eingeben adresse versand wird initiiert die läuft jetzt ganz langsam die ist ganz schnell eins zwei drei vier frankierung wird gescannt fehler fehler das paket ist doppelt über frankiert paket mit frankierung stufe drei ist ungeeignet für den transport kleiner güter auffüllung mit knicker folie startet aber und vergessen ihr sagt du krid als probiert tut Ach, das war jetzt glaube ich die Mittlere, die wird dann wohl auch hinter dem Zaun runterfallen. Genau. Die ist zwar überfordert, aber hält noch bis hinterm Zaun durch. Das heißt, wir müssen tatsächlich die kleine Taube in den großen Verschlag kriegen. Ja, komm. Aha, wie mache ich das denn? Ja, das war's. Nein, 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 nein. Ich würde mal sagen, so ist es. Ehrlich gesagt ist das hier nur so ein bisschen rumrätseln und rumprobieren, denn... Warte mal, jetzt... Nee, da ist die Kleine. Hier ist überall Mittlere. Hm. Da kann ich nicht, da kann ich nicht. Ich versuche mal... Die schwere Taube, also die große Taube nach rechts zu kriegen. Wenn das denn überhaupt möglich ist. Jawoll. Jetzt haben wir da die Kleine. Fast. Was ist jetzt? Nee. Jawoll, jetzt habe ich es. Nein. Ach, Mist. Jetzt sieht es so aus. Nicht so. Jetzt vielleicht. Ach nee, ich habe hier unten jetzt die... Ach Gott, jetzt habe ich hier die schwere wieder. Äh, die große. Also das kann jetzt noch eine halbe Stunde dauern, bis ich hier jetzt irgendwie... Jetzt habe ich da gar keine Taube. Das würde wahrscheinlich auch nur zu irgendeinem Fehler führen. Und hier habe ich jeweils eine große. Das will ich ja nicht. Halt Sekunde, ich habe eine Idee. Nee, war das jetzt so und... Brrrr. Nee. Brrrr. 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 Wenn ich jetzt... Irgendwie passt das alles nicht. Brrrr. Brrrr. Wie gesagt, das kann sich nur noch um Stunden handeln. Brrrr. Brrrr. Was mit den anderen beiden Verschlägen ist, ist ja egal. Ich brauche nur hier in der Mitte eine kleine Taube. Also mit einem Punkt. Ja, wenn ich einfach einen Punkt wegmachen kann, aber das kann ich ja nicht. Ich muss mal kurz schließen. Ich könnte es hier überspringen machen, ich glaube, dann würde er das Ganze gleich auflösen. Brrrr. Aber das will ich nicht. Brrrr. 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 Wie sieht es denn aus, wenn ich das so versuche, dann so drehe? Brrrr. 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 Dann. Dann. Brrrr. 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 Nö, das wird irgendwie partout nix, egal wie ich sie drehe und wende. Wenn ich das jetzt noch mal so mache, habe ich da drei und da drei. Wenn er jetzt nur ein Feld weitergehen würde, würde es klappen, aber da geht jetzt zwei Felder weiter genau. Oh. Ne. Damit können wir jetzt noch Ewigkeiten verbringen. Ich glaube, ich melde mich gleich, wenn ich das Rätsel einigermaßen gelöst habe. Bis dann. Leute, ich glaube, jetzt bin ich kurz vor der Lösung, wenn ich das jetzt einmal weiter drehe und den dann einmal drehe. Ach ne, es ist da unten nochmal. Ne, das ist auch Bullshit. Oder… Ja. Äh, wer hat das? Nee, ich brauche... So. Dann so. Ich glaube, ich glaube, ich habe es jetzt gleich. Lass mich mal einen Moment... Ja doch, wenn ich jetzt das so mache. Ja, ich habe es. Ich habe die kleine Taube in der Mitte. Das hat ja jetzt nur 10 Stunden gedauert. Wie gesagt, was mit den Anbrennverschlägen ist, ist ja egal. Ich lasse sie mal so stehen. Vielleicht bringt mir das ja was. Gut, dann gehen wir hier runter. Und bestellen jetzt nochmal ein großes Paket. Ich habe hier diese Geschenkgutscheine aus Tonis Laden. Geschenkgutscheine verifiziert. Ein leichtes Bleigewicht aus Lager 1. Geben Sie nun die Adresse ein. Ja, komm, kennen wir doch. Was? So, jetzt haben wir wieder das doppelt überfrankierte Paket. Frankierung wird gescannt. Fehler, Fehler. Das Paket ist doppelt überfrankiert. Das böse Paket aber auch. Frankierungsstufe 3 ist ungeeignet für den Transport. Kleiner Güter. Auffüllung mit Knickerfolie startet. Knick, knicke, die Knick. Oh yeah. Ein schweres Paket wird verschickt. Taube aus großem Taubenverschlag wird gestartet. Ja, eine kleine Taube aus dem großen Verschlag. Und jetzt passt mal auf. Da ist sie weg. Da fliegt sie und verrickt. So, jetzt passt mal auf. Ah, Knickerfolie. Wer liebt sie nicht? Ja, die Leute von Apple War mögen es auch bei ihren Auspack-Videos. Aber egal. Genau, Knick. Knick, knicke, die Knick. Oh yeah. Fehler, Fehler, oh. Fehler. Ist was? Soll ich dich lieber allein lassen? Knicke, die Knick. Oh yeah. Äh, wie du willst. Gut, gehen wir mal raus. Oder Rufus geht automatisch raus. Boah, jetzt ist bei ihm endgültig eine Sicherung rausgesprungen. War ja abzusehen. Allerdings werde ich auch direkt mal wieder reingehen. Und gucken, was passiert ist. Ja, er hat Spaß mit Knickerfolie. Ja. Knick, 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 knick. Oh yeah. Allerdings ist der Part jetzt auch schon fortgeschritten. Das heißt, wir werden im nächsten Part weitermachen. Das sind jetzt schon, oh, 25 Minuten. Knapp 26 Minuten. Alles klar, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Nach diesem viel zu langen Part. Bis dann und tschüss.